Ja, das ist Gaben, herzlich willkommen zu einer CSGO im Video und heute gibt es ja wieder ein gekanntes Matchmaking. Wir waren auf Ohr passend ein auf Überlobby unterwegs mit dem Marcy, mit dem Elias, mit dem Robbe, mit dem Fibix und meiner Wenigkeit. Ja, aber auch insgesamt ein ziemlich nettes Matchmaking. Ja, wir haben jetzt sozusagen auch gesagt, ja, wir spielen jetzt ein bisschen seriös, dass wir vielleicht langsam, aber sicher mal ein paar Rankups wieder bekommen. Mittlerweile MGE, ja, Ex-LEM, naja, ja, es ist alles in der letzten Zeit ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ja. Dafür war ja auch das letzte Matchmaking sozusagen. Ja, heute gibt es ein bisschen seriöseres Matchmaking, heute gibt es nicht so viele Witze, sondern eher ein bisschen mehr ordentliches Gameplay, zumindest mal für mich persönlich ordentlich. Und dann würde ich einfach mal sagen, viel, viel Spaß mit dem Video, wie gesagt, heute ein bisschen seriöser. Und ja, für die Leute, die hier nicht teilgenommen haben, könnt ihr gerne beim Weihnachts-Goway mitmachen und zu haben beim Livestream vorbei. Schon jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's los mit dem Matchmaking. Guck mal, Elias ist Erster. Ja, da. Siehste, ich bin nicht Letzter, also, wir haben schon mal on. Einer ist lang, einer ist lang, A lang. Einer Richtung Spot. A lang, immer noch. Der hat einen Revolver, passt auf. Einer, A. Ich gebe B. Einer. Ja, einer ist noch lang. Einer ist noch, wir können die, eigentlich schon holen. Bank, Einer. Einer ist noch on-spot hinter dem Brickbock. Down. Oh, ich habe einen Revolver, gar nicht. Einer ist von hinten, schon hinten. Fuck. Der Letzter war lang. Elfused, oder? Ja, ne. Bis dann. B. 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 Au. Immer noch einer Connector, letzter Connector. Da liegt eine AK hinter dir, Marc. Warte, passt. Ich glaube kurz, bin mir nicht sicher. Okay, jaja, der steppt hier. Lang gerade. On-spot. Okay, ich bin mir hier. Den wahrscheinlich 2-2. Mhm. Anders, down, B. B, Einer, down. Können drüber rotieren, ich baue hier schon mal auf. Obwohl, geht A, geht A. Passt, geht A, ich backstabbe. Letztes vermutlich, äh, ist der's. Wahrscheinlich Heaven, oder so. Naja, der kommt von hinten. Wow. Wow, ich habe 5-4-4-4. Wow, er ist Heaven. Nee. Der ist das 1-AP. Nee, komm. 3-AP, Connector. Halt mal durch die Tür durch. Oh, lol. Das ist halt die Brache auf jeden Fall. Nice. Ganz schön. Nee, der war ein Nutzer. Na gut, einer von denen ist 8-K. Hallo. Bus durchzauft. Philipser. Hallo. Ja, ja. Noll, der kommt von hinten. Oh Gott, ist der. Oh. Boah. Der ist der. Der ist der. Der ist der. Ey, ich weiß, dass ich nur diese Junge hier. Der hat gerade jetzt erst ins Dienste lehren. Steinlamm. Oh, von Langlamm. Okay. Warte, deine Waffe. Markus, du ne Waffe. Der hat jetzt ne Waffe. Ja, der ist Dampf. Ja, der ist Dampf. Ich finde das schlimm, dass ich nur einer, dass nur einer B spielt. Wollen wir mal B. No, der ist jetzt da. Äh, la. Ach, Junge, du hast das jetzt schon zum 5. Mal probiert. Boah, ich bin richtig erschrocken. Einer ist Morsi Onspot. Morsi ist unten. Wardshot. Lass ihn mal viel fahren. Ey, seid weh, Alter. Na, irgendwie haben die nicht so viel gegenzusetzen. Hab ich doch gesagt. Die sind auf Elias da. Oh, die haben die Bomber. Die Frage ist halt, was denn? Einer ist, Einer ist, ähm, Ex-DMGs. Das ist ja so. Da hat er schon zu sein. Ich habe auch gedacht, dass es will. Oh, der ist schlecht. Oh, der ist schlecht. Oh, der ist schlecht. Oh, der ist schlecht. Mitte, oder was? Ja, ja, so. Nice made, habe ich gesagt. Achso. Ja. Oh, der ist verrott. Ja, ich wusste, dass der einsteht noch. Ja, schade mal. Neun. Kann man was droppen? Ja, ich kann nur droppen passen. Ne, kein Geld. Kein Geld, das hau ich nicht. 60k. Ne, ne, das ist auch nicht mehr. Ja, was machen die, Alter? Äh, Jungs, ich stehe ja. Ich bin halt doch absolut schon gar nicht mehr irgendwie drin hier im Spiel. Ne, ne, ohne Spaß. Ich bin schon irgendwo hier. Was ich in einer Stunde mache, keine Ahnung. Ich bin schon am Weihnachtsmarkt. Ich bin schon am Weihnachtsmarkt. Ah, Leute. Ich bin schon am Weihnachtsmarkt. Ist ja gefühlt immer, oder? Was sie aber auch teilweise machen. Hä? Warte, was? Marc steht einen halben Zentimeter vor mir. Ich schieb zehn Kugeln in dein Kopf. Das ist nicht einfach. Hä, als ob du mich umringen wolltest. Nein, ich habe auf den Kopf geschossen. Ich glaube, die haben irgendwie lang schon vor zehn Rücken aufgegeben. Ah, ich camp den. Ich weiß es nicht. Naja, der camp der immer. Ne, ne, das war der Bot. Ich dachte gerade, Scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Einer hat fünf auf der. Dann hätte ich hitten sollen. Anders lang. Oh Mann. Keine Macht. Ey, was? Die campgarten bot hinter dir. Ach so, oh. Ist der erst, oder was? Das weiß ich nicht. Ja, ist der wirklich der erst. Oh, Will. Einer. Kacke lässt es sich. Sneaky. Knife. Knife. Jetzt ist hinter mir. War der noch dort? Ich glaube, der ist da noch. Oh, ja. Ja, 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 ja. Der ist rechts gewesen? Wo ist denn der gecrossed, Alter? Oh, nein. Ich habe den aber auch gar nicht gesehen, aber. Der Typ ist im Alter. Der Teleport-Hack. Ja, genau. Der Teleport. Das ist Soudini. AWP ist da noch. Kacklappen. Hat keiner gesehen. Ich bekomme es nur safe in Overwatch, Mann. Easy. Ah, der letzte war Connector. Ist sicher, bist du ja? Ist das Markol, oder? Ja, das ist sicher. Einige auch gerade, oder? Oh, Markol. Was? Wir müssen einfach damit leben. Das ist Markol, ey. Dankeschön. Kann ich einen langen Monster halten? Ist B. Da ist der Bot noch. Toll. Das ist der Spaß. Schön. Ich fühle nicht, dass es zu eins gegen eins war. Dann habe ich kacke. Ja, ich kann. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Das wird nur... Marci, ich werde in den reingegangen. Marci, brauche ich dir Hilfe. Fuck you! Alter, wie bekomme ich denn? Sound muted. Ich dachte, sie gehen A. Ich habe richtig verkackt, Mann. Weißt du, was für MVP steht? Mittler war Reifabschuss. Für... Mann, halt. Mr. Very... Important. Get out of the... Mr. Very... Get out of the... Mr. Very... ...Important. Get out of the... Mr. Very... ...Important. Mr. Very... ...Important. Jungs, 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 Jungs. Woher jetzt? Einer ist noch Mitte? Ja, beide bitte. Ja, beide bitte. Letzter war Mitte. Ich habe zwei Schuss. Ich muss mal ganz gering. Ne, wo ist... LOL, was? Der kämpft da? Okay. Na gut. Er zahlt mal Nachbarmusik, alter. Warte, rät mal noch mal was? Hallo, hallo. Alter, dreht ja richtig auf. Ja. Tja, was? Was? Ja, alter. Das geht mir jetzt bis 21. Wir sind VB. Echt, es läuft jetzt? Ja. Alter, was? Wir sind VB, Jungs. Was macht ihr? Ich glaube, einer... Stopp. Ich bin der verregere Freide. Da ist noch einer! Auf, sie wird. Warum ist das? Ja, die A-Maut, so zwei, Connector. Boah. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ich bin der schlechteste Scout-Spieler der Welt. Oh, jetzt ist ein Punch. Was sagst du? Du kriegst dann noch einen Copyright-Strike. Ich freu mich. Ich versteh gleich, was deine Musik bis ist. Es ist einfach nur so blblblblblbl. Exposure-Scheiße. Hahaha. Ist cool. Einer von denen hat einen Hit. Haha. Einer Short, glaub ich. No, ist das! Ich hoffe, einfach mal... In der Party ganz viel. Komm, lass nach Short gehen. Nein! 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 Ich hab zu viel gedenkt. Einer ist Mitte. Auf B-Bombe. Haha. Wie geht der? Ich will, tschüss. Wollen wir einen Boost? Nein. Ich pushe hier gleich rein und mach hier Druck. Mann, es ist... Ah, es... Ich machs dumme Sachen, Mann. Einer ist Mitte. Ey! Ja, das darf man ja nicht verlieren, dieses Gamer. Ja, einer. Alles klar. Okay, LOL. Aber es ist echt richtig komisch gerade gewesen. Alles klar. Alles klar. Da taust du schon lang. Anders! Zwei Short, zwei Short. Die boosten sich. Die boosten sich. Die boosten sich. Die kommen Short. Ja, Monster Headshot. Natürlich. Okay, durft, durft, durft. Einer ist ganz low. Das dann. Letzter ist auch am Schwenge. Schön. Ich brauch mehr Acker. So geht's mir nicht. Anders, bitte da. Ich komm jetzt hier. Einer Toilet. Einer außen. Ich bin auf der Waffe. Ja, wir müssen lang halten, ne? Ich hab nicht lang. Einer, zwei AP. Einer lang da. Ey, tut mir leid, dieser Danny Cheat. Muss lang gehen. Auf Ahne Waffe. Masti, push gar nicht so rein, wir haben selber kein Geld. Masti, push nicht rein, wir haben selber kein Geld um die Schraube jobben. Ich bin nur lang. Ja, warum muss ich mich jobben? Ja, danke. Hat der Maltop-Haber-Handler-Handler-Masti, der hat die geblockt. Die haben zwei, die haben einen Bond noch mehr. Ich hab's nicht gesehen. Die haben einen Bond noch mehr. Kindergarten war aber auch einer. Monster kommt, Flash, kam Flash. Ja, einer noch fahren. Monster Shot, Shot. Bombe, ja. Oh, eine Shot, du hast ihn gesehen. Ja, Bombe kurz. Masti bleibt mal A. Beide oder einer? Masti bleibt zumal, def auf A. Letzter, Shanker. Letzter Dänny, vorsicht. Schöööööööööööööööä. Äh, AKs. Befeaden. Oh, schön. und spaß aber trotzdem noch richtig knapp gewandt ja gespannt was der denn nicht mal abbringten so ich bin direkt raus danke für das game die den rucksack aus wenn du mit mir redet hole ich bin jetzt gambling